Was ist das, was wir gestern erst jüngst in der Digitalstrategie der Digitalstrategie der Bundesregierung gehört haben, nämlich tatsächlich auch der Appell an die Kassen, alltags- und praxisnahe Lösungen umzusetzen, das anhand von insgesamt zehn Fragestellungen. Parallel findet heute die eintägige Innovationskonferenz statt mit hochkariertigen Speakern, sowohl Vorstände von gesetzlichen Krankenkassen als auch IT-nahen Dienstleistern, das Bundesgesundheitsministerium ist da, Verbände sind da, insgesamt 100 Teilnehmer beim Hackathon, nochmal 100 und mehr bei der Konferenz. Wir freuen uns sehr auf die Impulse heute hier auf der Bühne und dann morgen auch die Ergebnisse des Hackathons.